WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Und Tissi ist am Bau Keine Close Position, das ist gut Wir brauchen mehr Gold Hier haben wir uns Goldwisp So, bauen wir das nächste Baron ein bisschen weiter vorne Ja? Wir brauchen mehr Raum Bauer Wo soll ich denn hin? Klar Mann, was immer ihr wollt Arbeit abgeschlossen Was ihr wollen? Ich hab das Kriegsbeil ausgegraben Alles klar Euer Befehl Wie lautet euer Befehl? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und jetzt werden die ganze Zeit Herr Tanta gepumpt Manker Schatten Schönes Item, um es gleich wieder zu verkaufen Wie lautet euer Befehl? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 So, jetzt warte ich aber kurz Gehen wir mal einen etwas größeren Creep an Wir brauchen mehr Gold Was verlangt ihr von mir? Ja, Häuptling Möge die Ehre mich reiten Wir brauchen mehr Gold Euer Befehl Ich bin bereit Wache für Sulting Wie lautet euer Befehl? Was soll ich tun? Ich bin bereit Und einmal die Handschuhe der Hass Fertig Was verlangt ihr von mir? Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Was verlangt ihr von mir? Für die Stimme! Wie lautet euer Befehl? Euer Befehl? Euer Befehl? Ein exzellenter Plan. Was verlangt ihr von mir? Rache, du Schultrin. Lasst euch Zeit. Schaut euch um. Wie lautet euer Befehl? Ja, Häuptling. So, Tag ist gleich durch. Komm, komm, komm. Rache, du Schultrin. Hm? Das kann ich. Was wir wollen. Arbeit, Arbeit. Ich bin bereit. Ja, Häuptling. Den hat er da gemacht. Exzellenter Plan. Das weiß man natürlich auch, dass ich hier bin. Kärg dich. Hm? Was verlangt ihr von mir? Ich bin bereit. Wo soll ich denn hin? Arbeit abgeschlossen. Was verlangt ihr von mir? Wen soll ich töten? Wie lautet euer Befehl? Ihr könnt nicht vorbehalten. Wo soll ich denn hin? Was? Euer Befehl? Was soll ich tun? Wir werden angegriffen. Wen soll ich töten? Ich bin bereit. Forschung abgeschlossen. Für meine Vorfahren. Arbeit abgeschlossen. Für meine Vorfahren. Wir werden angegriffen. Arbeit abgeschlossen. Und das weiß man auch. Was verlangt ihr von mir? Wo soll ich denn hin? Euer Befehl? Ein exzellenter Plan. Wir brauchen mehr Gold. Was verlangt ihr von mir? Euer Befehl? So, reicht gleich. Zack. Führ die Stämme. Euer Befehl. Forschung abgeschlossen. Wir brauchen mehr Gold. Was verlangt ihr von mir? Was soll ich tun? Was verlangt ihr von mir? Forschung abgeschlossen. Euer Befehl? Ja, Häuptling. Forschung abgeschlossen. Ich bin bereit. Fertig. Ja, Häuptling. Für meine Vorfahren. Wie lautet euer Befehl? Wache für Sultrin. Fertig. Was verlangt ihr von mir? Ja. Das kann ich. Ich bin bereit. So, erstmal alle rankommen lassen. Wie lautet euer Befehl? Möge die Ehre mich leisten. Euer Befehl. Ich bin bereit. Ein exzellenter Plan. Was verlangt ihr von mir? Oh, Gürtel der Gigantenkraft. Den kann ich natürlich nicht verkaufen. Arbeit, Arbeit. Obergang. Wir brauchen mehr Holz. Alles klar. Wir brauchen mehr Holz. Arbeit abgeschlossen. Euer Befehl. Fertig. Ein exzellenter Plan. Und Level 5. Ich bin bereit. Wie lautet euer Befehl? Euer Befehl. Für meine Vorfahren. Bereit zur Arbeit. Ja, Häuptling. Forschung abgeschlossen. Und Level 5. Was verlangt ihr von mir? Bereit zur Arbeit. Für meine Vorfahren. Euer Befehl. Wie lautet euer Befehl? Ein exzellenter Plan. Arbeit abgeschlossen. Was verlangt ihr von mir? Hm? Das kann ich. Was ihr wollt. Sturm, Erde und Feuer. Du musst was getan werden. Arbeit, Arbeit. Befehl. Was verlangt ihr von mir? Wir brauchen mehr Gold. Muss was getan werden. Bereit zur Arbeit. Hm? Wir brauchen mehr Holz. Das kann ich. Ich bin bereit. Sturm, Gehirn und Volk! Ach, das ist so ein Ruf! Wann reicht ihr Arbeit? Wo soll ich hin? Bereit zu arbeiten! Euer Befehl? Bereit zu arbeiten! Wie lautet euer Befehl? Wird bereit zu arbeiten? Arbeit abgeschlossen! Sturm, Gehirn und Volk! Hört meinen Ruf! Ich bin bereit! Bereit zu arbeiten! Wie lautet euer Befehl? Was soll ich tun? Jetzt geht's euch an Kopf und Kran! Was verlangt ihr von mir? Ich bin bereit! Sturm, Gehirn und Volk! Was verlangt ihr von mir? Hört meinen Ruf! Euer Befehl! Ja, Kriegshäuptling! Wir brauchen mehr Gold! Wir brauchen mehr Gold! Ja? Ich bin bereit! Rache für Sultin! Rache für Sultin! Alles klar! Wir werden angekettet! Aber erarbeitet euer Befehl! Ich bin bereit! Wen soll ich töten? Was verlangt ihr von mir? Was verlangt ihr von mir? Fertig! Euer Befehl! Rache für Sultin! Das Ding nur! Wie lautet euer Befehl? Wir werden angekettet! Wir werden angekettet! Wir werden angekettet! Für die Irre! Bleibt mich! Für die Haken! Was verlangt ihr von mir? Ja! Euer Befehl! Euer Befehl! Ich bin bereit! Wie lautet euer Befehl? Euer Befehl! Ein exzellenter Plan! Ganz, ganz wichtige Level 6 erreicht! Was verlangt ihr von mir? Wir brauchen mehr Geld! Für meine Vorfahren! Was ihr wollen! Aber gern! Was ihr wollen! Das kann ich! Wie lautet euer Befehl? Euer Befehl! Was verlangt ihr von mir? Ja, Häuptling! Ich bin bereit! Skull of the Beast! Wie lautet euer Befehl? Wie lautet euer Befehl? Arbeit abgeschlossen! Euer Befehl! Was verlangt ihr von mir? Fertig! Muss was getan werden! Arbeit, Arbeit! Wie lautet euer Befehl? Sturm, Erde und Feuer! Ja! Ich bin bereit! Was verlangt ihr von mir? Arbeit abgeschlossen! Ein exzellenter Plan! Ich bin bereit! Wann? Weitereπε! Ich bin bereit! Wie lautet das? Etwas, was? So, jetzt warte ich kurz, wenigstens bis der Erste hier fertig ist. Ich bin genau bei 50 Supply. Da stoppe ich jetzt auch mal kurz. So, ja, gucken wir mal ganz vorsichtig, da ist nichts. Das verlangt ihr von mir, das verlangt ihr von mir, das verlangt ihr von mir. Arbeit abgeschlossen. Wie kann ich helfen? Wie lautet euer Befehl? Ja, Kriegshäuptling. Ich bin bereit. Arbeit abgeschlossen. Ich bin bereit. Wie lautet euer Befehl? Was verlangt ihr von mir? Ja, da hat er leider nicht viel von mir überlebt jetzt bei dieser Schlacht. Aber gern, was ihr wollen. Bereit zur Arbeit. Ja? Ich bin bereit. Arbeit abgeschlossen. Was ihr wollen. Hm? Arbeit, Arbeit, das kann ich. Er ist bereit zur Arbeit, das kann ich. Euer Befehl. Mögen meine Vorfahren über mich wachen, ja? Alles klar. Arbeit, Arbeit, das verlangt ihr von mir. Bereit zur Arbeit. Ja, Hötling. Euer Befehl. Muss losgetan werden. Wie lautet euer Befehl? Ich bin bereit zur Arbeit. Was ihr wollt. Ich bin bereit. Werft mich. Möge die Ehre mitreiten. Leitet mich. Bereit zur Arbeit. Für die Vier und der Vorfahren. Arbeit abgeschlossen. Ich bin bereit zur Arbeit. Wie lautet euer Befehl? Wie lautet euer Befehl? Arbeit abgeschlossen. Ich bin bereit zur Arbeit. Komm, denn lassen wir nicht mehr entkommen, ja. Was verlangt ihr von mir? Ja? Arbeit abgeschlossen, mir. Ja? Wie lautet euer Befehl? Arbeit abgeschlossen, Heutling. Du bist sofort da. Arbeit, Arbeit, was ihr wollen, das kann ich. Euer Befehl? Ich bin bereit. Wo soll ich denn hin? Ich bin bereit. Bereit zum Ausriff. Fertig. Wie lautet euer Befehl? Sturm, Erdung, Feuer und mir. Euer Befehl? Ich bin bereit. Wie lautet euer Befehl? Euer Befehl? Was verlangt ihr von mir? Ein exzellenter Plan. Tchung. Mir meine Vorfahren. Sturm, Erde und Feuer. Hört meinen Ruf. Abgeschlossen. Ja? Aber gern. Wie kann ich helfen? Ich bin bereit. Forschung abgeschlossen. Ja, Heutling. Erinnert auch noch nicht. Aber da warten wir jetzt erst kurz. Forschung abgeschlossen. Was verlangt ihr von mir? Arbeit abgeschlossen. Wie bleibt das euer Befehl? Was verlangt ihr von mir? Bereit zum Ausriff. Möge die Tiere mich leiden. Wir haben über dich wachen. Hm? Muss was getan werden? Ja, Kriegsscheiflinge. Braucht ihr was? Die lauter Heuer, der Zufall, auf der Erde und Feuer. Hört meinen Ruf. Ich hör's in der Eke. für meine vorfahren das inventar ist voll ein exzellenter plan ja heute alles klar das kann ich auch schon aber ich habe ja kriegshäuptling eine neue kohle brauche ich euer befehl ist so verrückt ja häuptling arbeit abgeschlossen verlangt ihr von mir ich bin bereit ja wie lautet euer befehl was verlangt ihr von mir und verwundbar jetzt frank euer befehl ein exzellenter plan ich bin bereit ihr könnt nicht vorbei für die verkommen hast du da haben möge die ehre mich leiten die kann ich helfen unverzüglich arbeit abgeschlossen das verlaut ihr von mir ich bin bereit wie lautet euer kriegshäuptling ich bin bereit so können wir durch das einnetzen natürlich abbrechen und vor also beim ersten versuch gelungen tc only war doch erfolgreicher als ich dachte hat sehr gut geklappt und ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ja daumen hoch bitte nicht vergessen in diesem sinne bis zum nächsten game euer 5 5 6 8 Vielen Dank.